Nun ist es soweit. Die überholte Technik, die aufwendige Wartung und die ungenauen Instrumente hatten in der Vergangenheit wiederholt zu Unfällen geführt. Die Super-Express-Linie, die als Überbleibsel des letzten Jahrhunderts die Verkehrsbetriebe in finanzielle Defizite fuhr, stellt nun endgültig ihre Dienste ein. So verschwinden die letzten Züge vom Typ A aus unserem Blickfeld. Mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Was ist denn los, Rico? Ja, mit dem bin ich schon mal gefahren. Stimmt's, Mira? Ob du es mir nun glaubst oder nicht, Claude? Hör mal, du verdirbst dir noch die Augen, wenn du so nah an der Glotze hängst. Dein Hirn hat schon genug gelitten, findest du nicht? Aber ich bin wirklich in so einen Zug gefahren. Ja, ist ja schon gut. Du bist damit aus der Steinzeit zu uns in die Zukunft gereist, Kleiner. Was soll das heißen? Wahrscheinlich hast du sogar mit Dinosauriern gespielt. Wie kannst du nur so gemein sein, Claude? Danke. Rico, versuch doch nur, sich an seine Vergangenheit zu erinnern. Das ist doch verständlich, oder etwa nicht? Oh no, sie hat recht. Ich versuche hier angesprengt, mein Gedächtnis wiederzufinden. Und dir fällt nichts Besseres ein, als mich zu verarschen. Du bist den Stegosaurus von mir. An was hast du dich erinnert, Rico? Ich verschwende hier bloß eure Zeit. Wir sehen uns noch, Chef. Hey, wo willst du hin? Bleib hier, Junge. Wo fährt eigentlich der Superexpress ab? Weiß das jemand? Du kannst ihn sicher auf dem Bahnhof bewundern, aber so viel ich verstanden habe, fährt er nicht mehr. Vielen Dank für die Information. Wisch das lieber gleich aus, sonst wird Sophia noch böse. Halt die Klappe! Entschuldige, ich mache es nachher weg. Ich rutsche ab! Aua! Ach, was ist denn hier los? Ich habe gedacht, der Bahnhof wird erst demnächst geschlossen. Das ist eine Entscheidung der Regierung. Da sollten wir uns nicht reinhängen. Die werden schon ihre Gründe haben. Da steht noch ein Wagen im Distrikt 7 rum. Aber vielleicht ist das alte Ding inzwischen auch verschrottet. Hä? Was ist denn mit denen los? Glaubst du etwa, die Unfälle sind alle mutwillig herbeigeführt worden? Ja, außerdem haben die Schienen Risse, die auf mangelnde Wartung hinweisen. Dasselbe kann man auch in den Verstrebungen der Brücken beobachten. Prima, das hast du wirklich gut gemacht. Ein Überbleibsel des letzten Jahrhunderts. Das Defizit der Einfuhr. Wenn da nicht wieder Necrime dahinter steckt. Aber was haben die davon? Ich glaube, ich weiß es. Super-Express. Ah ja, das muss er sein. Ach, hier. Da steht er. Juhu. Ich hab dich so vermisst. Du siehst ganz schön verrostet aus. Ist lange her, alter Junge. Dir geht es wie mir. Mein Gedächtnis ist auch eingerostet. Rico. Ach, verdammt. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Nein, nicht schon wieder Rico, oh Mann. Um Gottes Willen. Oh nein, er fährt los. Oh, mein Schädel brummt. Der ist ja losgefahren. Sie geht nicht auf. So. Du Blöckmann. Halt sofort an. Anhalten. Du machst nur Mist, verdammt nochmal. Blut, sei vorsichtig, pass auf. Ich kann nicht mehr, da fliegt nochmal. Sie müssen meine Anweisungen genau befolgen. Fangen Sie sofort an, die Minen zu verlegen. Natürlich. Sehr wohl, Exzellenz. Aber ich frage mich, wofür ihr das TS-Erz aus dem Meteor benötigt. Das werden Sie noch früh genug erfahren. Aber nun verlieren Sie keine Zeit mehr. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich habe dir vor langer Zeit das Kommando für dieses Projekt übergeben. Ich warte auf die versprochenen Ergebnisse. Tja, die Müll malen nun mal langsam. Aber ich höre, dass wir uns jetzt beeilen müssen, da die Halbwertzeit schon erreicht ist. Halbwertzeit? Ja, das ist die Zeit, in der die Atome eines radioaktiven Materials durch den Zerfall um die Hälfte reduziert werden. Nee. Du musst äußerst vorsichtig arbeiten, denn das Erz ist gegen Erschütterung sehr empfindlich. Hörst du sehr empfindlich? Jawohl. Ich habe verstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das Cockpit. Sie sind also von der Sondereinheit Magnapolis 38. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Machen Sie Witze? Dazu hatte ich ja keine Zeit. Es tut mir leid, aber Sie kamen hier so plötzlich reingeschneit. Und da wollte ich nicht erst lange fragen, ob Sie mich vielleicht überfallen wollen. Ich doch nicht. Mein Name ist Kato, ich bin Zugführer. Sagen Sie, bringen Sie den Zug etwa zum Schrottplatz? Nicht heute, das mache ich morgen. Und wohin fahren Sie jetzt? Tja, ich habe diese Rostlaube jahrelang bedient. Ich bin hier sozusagen verpflichtet. Ich wollte diese letzte Fahrt nochmal alleine gewissen. Netter Kerl. Er mag diesen alten Kasten offenbar. Es steckt tatsächlich die Kleine dahinter. iPod ist angegriffen worden. In Distrikt 7, wenn ich mich nicht erinnere. Dr. Gondo, hören Sie mich. Oh, gut, dass Sie sich melden. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Rico ist gerade mit so einem alten Super-Express verschwunden. Wo befinden Sie sich jetzt, Claude? Im Distrikt 7. Hat Ihre Frage einen bestimmten Grundcheffchen? Distrikt 7? Nick Lime hat in ihrer unmittelbaren Nähe die Schienen demontiert und ein riesiges Loch gegraben. Was? Sie haben die Schienen rausgerissen? Aber Rico fährt direkt darauf zu, um Gottes Willen. Rico, ich fürchte, dein letzter Zug fährt direkt in die Halt. Oh, Gott. Das darf nicht wahr sein. Da kommt ein Zug. Ihr müsst ihn unbedingt aufhalten. Zur Not müsst ihr ihn in die Luft jagen. Rico, hörst du mich? Ja, Claude, hast du Sehnsucht nach mir? Weißt du, wenn es nicht wichtig ist, dann heb es dir lieber für später auf. Ich genieße die Fahrt. Halt sofort die Zughand, du Blödmann! Nur ruhig Blut. Wärst du vorhin nicht so lahm gewesen, könntest du jetzt auch gemütlich hier im Cockpit sitzen. Du bist wirklich zu bedauern. Ja, ich kann deine Wut verstehen, aber mach dir nichts draus. Ah! 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 Was zum Teufel ist das? Ah! Verdammt! Ah! Ist alles in Ordnung mit dem Zug? Aber natürlich, so schnell gibt mein alter Zossen doch nicht auf. Ah! 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 Du spinnst wohl! Soll ich mich von denen etwa abknallen lassen? Ich werde sie abhängen. Du hast ja keine Ahnung! Du fährst direkt auf ein riesiges Loch, das nicht mal direkt auf eurer Strecke getraten hat! Oh! Sophia, ist das wahr? Eigentlich müsste ich die Notbremse ziehen. Nun erzählen Sie mir bloß nicht, dass die Bremse nicht funktioniert, dann kriegen wir Probleme. Sie haben recht. Woher wussten Sie das? Sie funktioniert wirklich nicht mehr. Machen Sie bloß keine Witze, Kato! Die Bremse geht nicht! Oh, Riko! Dann wird der Zug in die Grube stürzen. Ich kann dir nur noch einen guten Flug wünschen. Ja, machen Sie doch keine Witze! Ja! Hilfe! Ich will hier raus! Ihr habt ihn immer noch nicht angehalten. Ich sagte doch, ihr sollt ihn notfalls sprengen. Im letzten Waggon ist doch noch ein Cockpit. Warum gehen Sie nicht einfach nach hinten und ziehen dort die Bremse? Nein, die Tür lässt sich nicht öffnen. Es gibt keine Möglichkeit, dort hinzukommen. Es ist zum Verzweifeln. Da muss ich eben übers Dach. Seien Sie vorsichtig! Na doch, ich pass schon auf! Na doch, ich pass schon auf! Und mach schon, Riko! Hallo, Claude! Nein, nein, nein! Nimm das! Nein! Das Haus stürzt auf die Schienen! Das war haarscharf! Der Zug hat sich auf Sichtweite genähert? Das ist ja nicht zu fassen! Muss man denn alles allein machen? Aber wir haben doch alles versucht! Warte besser! Ich kann nichts machen! Die Bremse funktioniert einfach nicht! Was ist denn mit den Schienen los? Oh nein! Die Schienen sind hochgebogen! Das mache ich bloß! Hoffentlich tut sich hier noch was! Verdammt nochmal! Das klemmt! Ich schwebe! Oh! Vorsicht! Oh nein! Was macht denn dieses Ding jetzt hier verschwinden? Was hat er vor? Lieber Gott! Steh mir bei! Los! Komm schon! Komm schon! Halt an! Was macht den Kaks! Ahh! Ah! Sieht so aus, als wäre es nochmal gut gekümmt. Tja, ich glaube, entsteht der alte Kasten endlich. Da hast du Glück gehabt. Das kannst du laut sagen. Er hat einfach nicht angehalten. Ich dachte, es wäre aus mit dir. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass die alte Rostlaube nochmal so schnell werden könnte. Schnell war sie allerdings. Diese Rostlaube, wie du sagst. Für so ein Überbleibst du des letzten Jahrhunderts, wie ihr es nennt. Naja, also ich finde, ein bisschen ist der alte Kasten ja wie du. Was? Wie ich? Ja, erinnert dir. Ist er erstmal ins Rollen gekommen, hält ihm so schnell niemand mehr auf. Nur, dass du noch nicht drei für den Schrottplatz bist. Tja, der aber schon. Der alte Super Express. Er hat ausgedient. Oh nein! Rico! Da fällt mir plötzlich was ein. Kannst du dich wieder erinnern? Nein, ich habe Mr. Kato vergessen. Hallo, hier bin ich. Ich bin hier, Freunde. Hier ist die Luft da oben. Gut. Das war glaube ich. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020